Mit der VR-Bank durch die schönste Zeit des Jahres. Die VR-Bank Coburg. Wir machen den Weg frei. Jubel und Begeisterung in der Hub-Coburg-Arena. Acht Mannschaften präsentierten sich beim Saisonfinale der Lateinformationen in der Regionalliga Süd. Zunächst tanzten die Mannschaften aus ganz Süddeutschland in der Vorrunde gegeneinander. Dann ging es im sogenannten Kleinen und im Großen Finale um die Spitzenplätze. Mit von der Partie war natürlich der Ausrichter, die Tanzsportabteilung des TV Coburg-Ketschendorf, mit ihrer A-Mannschaft. Dieses Mal konnte oder musste die Mannschaft aus der Festestadt mehr oder weniger gelassen in das Turnier gehen. Der Traum von der Relegation und dem Aufstieg in die zweite Liga war bereits vorher geplatzt. Wir waren von der Organisation her die letzten Wochen sehr stark ausgebucht, weil hier in der Angerhalle natürlich eine neue Umgebung, ganz viel zu organisieren war. Und vom Training her, dadurch, dass für uns die Saison eigentlich schon durch war, haben wir jetzt die Trainings ein bisschen reduziert. Es kam dem Organisationsteam auch gut entgegen. Die Coburg-Arena hat ihre Bewährungsprobe als Austragungsort eines so großen Tanzturnieres jedenfalls bestanden. Weil in ihr, im Gegensatz zur Angerhalle, als Veranstaltungsort früherer Wettbewerbe, rundherum Zuschauer sitzen können, die Tänzerinnen und Tänzer sich aber nur in eine Richtung präsentieren, deckte man kurzerhand drei der vier Seiten ab. So war es zwar dennoch nicht ganz so familiär wie an alter Wirkungsstätte am Anger, aber auch die Arena war gut gefüllt. Und am Ende reichte es vor den vielen Zuschauern für die Coburger nach zwei starken Auftritten wieder nur für Platz drei nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir wollten heute einfach nochmal unsere beste Leistung zeigen und man hat es mit den Wertungen gesehen. Eine Wertung gedreht und wir wären Erster gewesen. Also wir haben auch eine gute Leistung gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und von daher sind wir zufrieden, was wir erreicht haben. Und wir sind auch mit diesem Ziel hier angegangen und uns war es klar, dass wir schwer haben, nochmal ein Ergebnis zu drehen. Den Sieg holte sich am Ende die FG Rhein-Main. Herzlichen Glückwunsch dazu von uns, aber auch an einzelne Tänzer, die am Ende geehrt wurden. So zum Beispiel Robert Autsch vom TV-Kober-Ketschendorf, der bereits 75 Turniere bestritten hat. Und das hat seine guten Gründe. Es ist ein Teamsport. Es stehen 15 Gleichgesinnte mit auf der Fläche. Man trainiert ein Dreivierteljahr und es fließt Schweiß, es fließt Anstrengung. Es ist einfach total super, dass man 16 Personen da sind, die wirklich alle das Gleiche wollen. Alles in allem, also war es ein erfolgreiches Turnier für die Tänzerinnen und Tänzer des TV-Kober-Ketschendorf. Und auch die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen schon konzentriert. Auch dann heißt das Ziel natürlich wieder Relegation. Wir wünschen dabei viel Erfolg. Mit der VR-Bank durch die schönste Zeit des Jahres. Die VR-Bank Coburg. Wir machen den Weg frei. Die VR-Bank. 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 Wir machen den Weg. Die VR-Bank. Wir machen den Weg.